So, willkommen zurück zum zweiten Teil von Turtles Shredders Revenge. Hier im TeleKonga Jubiläumsscore. Let's play. Von und mit Coyote und Cyborg. Genau, diesmal wollten wir ja schön Tiere verkloppen. Schlägereien Zoo heißt der nächste Abschnitt. Mehl am Peter ist raus. Der Peter. So, also dann, was haben wir denn da? Ein Krokodil? Ein Affe? Ne, ein Stier. So, guck mal, der hat doch einen Dönerspieß. Ich glaube, du bist grob ausgehungert. So, warte, ich muss auch mal gucken. Ja, guck mal. Höchstens dreimal ergriffen. Kannst du schon mal streichen. Der Säge von Zusoldat mit Schleuderslams. Könnt vielleicht klappen. Ja. Dreimal ergriffen. Wir gucken noch mal Aktionsliste. So, so emotional wie wir unterwegs sind, sind wir mehr als nur dreimal ergriffen. Ja. Oh, schön hier. Guck mal, wie sie dich gerade zusammenledern. Ja. Und ich frage mich, weißt du, warum mache ich den ganzen Gramm? Weißt du, das ist ein Hilfeschrei. Ja, weil du schon am Boden sitzt und dir den Kopf hältst. Ne, ich frage mich, warum nehme ich das in meinem Alter noch auf mich? Okay. Überschlag. Ne, Angriff. Klar. Skorpion Kick. Greifen. Okay. Ah, also wir müssen sich auch mit Schleuderslams greifen. Schulterwurf. Das war doch das, oder? Oder Schleuderslams? Schulterwurf, oder? Oder Schleuderslams? Schulterwurf, oder? Schleuderslams, während du einen Gegner greifst. Ah, ja. Okay. Also, vom Gegner weg dann. Neu das? Also mit Schleuderslams und Halt. Ach, Schulterwurf ist so hin und her so. Ja, ja, ja. Hauen, würde ich sagen. Das ist einfach nur, warte mal, Schleuderslams. Äh, Schulter, okay. Ja, ist klar. Verspotten. Ah. R mit A. Ne, 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 ich habe das, wenn der sich so zen-mäßig hinsetzt, meine Ratte. Das ist wie so verspotten, verstehe ich nicht. Radikalmodus. Aha, verbraucht drei. Ah, okay. Ich dachte, ich habe vorhin extra Energie gekriegt, aber ich sehe gerade, ich habe vorhin drei Powerlasten verloren. Ja, na ja. Na gut. Aufhalten. Aufhalten, das. Okay. Ja. Ja, das wird gut. Ich würde sagen, wir hauen alles. Das ist learning by doing. Ja. Learning by howing. So. Also. So. So. Nämlich. Also erstmal nehmen wir den und dann. Hey. Was ist eigentlich mit den Vögeln hier? Ja. Ja. Und da stehen die da nur rum und machen nichts. Darum. Ja, die gucken halt. Ja, warum? Wir haben Angst vor Ratten. Der chillt auf die Parkbank. Prima. Halt es schlappern. Oh, hier ist ein... Guck mal, kein Starkebuch. Sehr gut. Ich kann mich so richtig in den verbissen hier. Was? Attila gespeichert. Da oben rechts, Attila. Attila Typ. Ah! Ich hab den Quartner aus dem Post. Dann stand Attila gespeichert. Das ist ein Notleiden und ein Frosch gerettet. So mache ich das. Ihr seht, wir kennen uns voll aus in diesem Spiel. Natürlich war man fest vorbereitet. Dann kam es raus, letztes Jahr oder? Letztes Jahr im... September, Oktober. Letztes Jahr. Irgendwann im Herbst, glaube ich, müsste es gewesen sein. Das war auch noch etwas kühler. Was ist denn hier los? Das ist auch bei mir der Hilfe braucht. Ne, alles gut. Alles gut. Komm schon soweit klar. Mir geht's super. Oh, ich hab jetzt mal schnell die Pizza hier. Oh, voll frei geschaltet. So, ich verspotte die Kurzmaße. Oh, Achtung. Oh, voll die Nase. Wie ich da. Da ist es schon wieder gescheitert. Vielleicht mit 1x3 Treffer weg. Oh, oh, oh. So, Achtung. Weg da. Oh. Oh, come on. Wir wurden mehr als 3x ergriffen. Das ist das. Ja. Emotional und körperlich. Da sind sie da. Die Affen. Die Affen. Ey, fressen die Affen. Ey, fressen die Popcorn? Ja. Die Schweine hier. Wir kämpfen um unser Leben und deren Leben, weißt du? Und die sitzen da und wären, als wenn sie auf, äh, im Internet, auf sozialen Netzwerken werden. Oh, das war... Ja, wir hämische klatscht, ja. Das klatscht, mein Freund, auch kein Beifall. So, aber. Was ist denn hier los? Ah, wer ist das gemacht? Erzähler. Ich habe ihn ergriffen. Und dann? Und dann mit Y und Steuerkreuz nach unten. Nach unten. Ja, so nämlich. Ey, die werfen hier nach unten. Es war irgendwo klar, nachdem du vorhin meintest, Steuerkreuz nach oben, ne? Ging nicht, ja. Ah. Ja, ich war schnell. Trigger, Trigger, Trigger. Moment, Moment, Moment. Ich muss erstmal aufräume hier. Ich bin schon da. Ah. Ah. Nein. So, das. Die Ratte ist gestorben. Redstone, Redstone. Nimm Tukum. Und dann die Doppelte hier, ey. Das kann nicht wahr sein. Wunderbar. Ja, ey. Das ist ein weniges Schicksal. Achtung. So grüne Bogenschütze. Ne, also. Du. Ich konnte eben nichts mehr machen. Hast du gesehen? Ich wollte es nicht mehr machen. Ja, ja. Es war aussichtslos, ne? Achtung. Wenn man gewollt hätte. Aber so. Da liegt im Kopf. Upp. Ach da. Das ist das Dörner Spiel. Sag ich doch. Ja, gut sieht Erwin Kopf aus. Auch wie ein komischer Lehmkopf. Sieht aus wie eine trauernde Birne. Ja. Ground Charging Dirtbag. Okay. Man hat mich schon schlimmer genannt. Uuuu. 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 Hey, was ist denn hier los? Kennst du die aus den... Ne, ne? Ich auch nicht. Ich habe auch die Serie damals eher so sporadisch gesehen. Also ich kenne nur aus den Filmen, wie hießen die beiden Tokar und Racer oder wie? Ja, ja. Schildkröte und Fuchs, oder was? Ja, ja. Das war, weil sie die anderen nicht nehmen durften, lizenz-mäßig. Aber man lernt ja nie aus. Ah, ne, ne. Oh, come on! Wollen wir uns auch mal einkonsentrieren? Achtung. Achtung. Das ist schon zu spät. Das ist verrückter. Achtung. Wir sind gestorben. Guck. Wie sieht's aus? Ach. 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 der anfang kommt ja wieder von unten also jetzt müssen wir konzentrieren so dass im ansatz schaffen ja 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 doch links ist als erster trainier ja ja so der ist fertig hatte jetzt den anderen noch der rennt ja darum ihn will ja das auch noch ein kogler wieder ramburg hier kommt sagen stadt also mann 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 spannend spannend was haben wir hier sprinter auszeichnung renner sister beide nur am rennen bisher feuer feige flüchten könnte man auch sagen nichts gegen fall na dann müssen wir noch mal hin was zu bürn ja gehen wir gehen wir hin we don't need no water letter okay 50 punkte gut nimmt mehr mit und für was da kommen wir dann auch leveln oder was wir gehen mal ins zürde versteckung das war schon mal guck mal ja ja so krasser schon stolz zurücklehnen das gemeindlichen aufhören ja käfer habe ich so 4 warum nicht so es kommt jetzt erzähle mal gucken mal könig der acht war ich vermute eure majestät treffen ja ja also auch dein könig ich bin der kaiser ich bin noch darüber du bist eine ratte so hürden da geht es denn hier los da geht es schon besser super teils angriffen drücke ich es in der luft okay dann macht das mal mache ich ja hat funktioniert läuft wollte ich die nummer sagen ja gut dass ich das gesagt habe das nicht machen sollte naja es stand ja auch groß da also eigentlich das ist mein verdienst gewesen so gibt es ja was ist denn er sagt der wirft da einfach mit hand auf uns ja 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 ich sehe es schön ein eingefangener weil ich auf dich warten musste und das schöne buch da zurücklassen oder hier bin ich richtig runter schubsen an die g von leine für dich okay eine starke schädigte ratten bin ich da sie nicht auch jetzt habe ich trotzdem kriegt da sind sie wieder die gleiche da sind sie doch die baisers erwarten war es ja auch süß denn hier los jetzt habe ich auch mal in der luft in der luft ja ja okay warte nimmst mir alle weg ja das aufgeladen oder ich hab keine ahnung so geht das guck drückst du auch nichts ja ich kenne so einen nintendo controller ich weiß nicht ja du drückst wahrscheinlich wie beim nächsten jenner das wohl auch sehr authentisch aber geht nicht so weit weg hier sonst könnte ich nicht recht wenn ich gleich habe ich das eine pizza stellt die starke tatsache ja der match auf den teil jetzt ja genau genau das braucht welche kräfte kraften 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 kraft es rumpelt so ach ich schon wieder ganz schön viel hier los da ist er doch frisch aus hameln ein geflogen dass der haben ja damals auf dem vertreten sind heim war ja noch mit seinem bruder hinten und der wehr jedes jahr geschichte das haben wir ja komplett gemacht das ist komplett zerstört jetzt blabber hier stehen die warten kommen da passiert noch nicht rattenklage alles voll falls ich dir ein paar mitgeben bitte entschuldigung ja darauf hast du nur gewartet die ganze zeit weil ich dir die einzige ratte hiermit mit rosa bademandel einfach nicht die leute schlagen die krückstock haben wir werden damit das ist jetzt wer es die weise hat ja achtung ratten woran erkannt am schwänzchen ach so was denn hier los kommt er zerstört was denn hier los warum beißen die mich ich bin alle von euch da war das war's nächste runde ist auch fällig alle meinen ruhe ja da war das war's guck mal gut kanalisation auch aufgeräumt so nämlich sehr effizient guck mal hier schon wieder was gewonnen sprinte auszeichnung nur am weg reden ja mein trophäenschrank wird langsam voll ob das erstrebenswert ist weiß ich nicht aber du mal über deine kanalpizza ja ja mit ratten zeug was will denn der schon wieder hier so weiter geht es im maul massaker total klingt noch stranger things crystal palace maul so dann ist wir haben auch gleich mal hier zweimal treffen dass man mit uns in gewisse stürmen keine die ersten gedanken genau mehr machen müssen so wirst du so sind wir wir reißen mauern ein wir bauen wir bauen drücken ja genauer gelten grüchlein hat gesehen sehr gut wo bin ich da bin ich so jetzt ja wegwerfen ach das war eine hürde ohne super angriff toll hast du es gemacht ja klasse ohne sushi box ich liebe den mode 7 effect hier möchtest du die sushi box ja ach ach man müsste vielleicht mal diesen komischen schnell weg rückwärtsschliff machen ging der guck mal hier mit a macht so ein sprint rückwärts oder so das war es mit dem kommt der da auch vor dann mitte radkreuz ja ich brauche gleich zuwendung ja auch hier muss man wieder die musik loben ja da merkt man die haben auf jeden fall das ist ja mit jeder Faser oh da sind gewisse probleme trigger äh ähm wo bist du ei 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 das war's das war's äh shitty das gibt's doch nicht so kennmordig das ist ein ganz schön jahr hab isch ist da schön die pizza mit der da ist hauma ne 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 die kriegst du jetzt oder ja weiss doch écn damit ich hab devoted ... achlar hast du noch SEOpen krieg noch mal ab YOUR Next ja ja komm bleib hier mal stehen ja ich darf ich종amm preheat geh ich warte bis deine energie runter ist denn jetzt die pizza da sind fernsehgeräte im rausverkauf der röhrengeräte hier voll doch auch gut ist der polio ja fliegende wagen baser er hier nerven Oh, Channel 6. Na, wir kommen doch bis bald. Das sehe ich auch so. Boah! Wie sehr runter. Oha! Oh, Popcorn. Unsere Leben sehe ich, haben sich wieder ein bisschen aufgefüllt. Wie ist das alle 200 Punkte oder so? Kann ich ja nicht sagen, bestimmt. Wir könnten nachlesen, aber... Ne, lass mal. Da müsste ich mir aufhören zu spielen, während wir lesen. Das ist doof. Ja, also... Oh, ja. Oh, was spielen wir denn da mal schon? Oh! Ready! Tempestro! Das spielte Dame. Kenne ich nicht. Ja. Das ist die aus dem Automaten, würde ich sagen. Ja, gut. Siehst du doch hier auch. Das schon. Ach. Den Vektoren. Ach so, da muss man noch die... Den hier treffen. Ja. Ne, wie ist der... Ne, der Typ aus dem Dinoland in 14 time. Weißt du, wie ich war? Ja. Ja, 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 ja. Das war der... Weil der sieht so aus, ja. Steht das gleich so aus, ne? Scrash hieß es dann, ne? Kann der mal aufhören? Ah, ok. Die holt wahrscheinlich auch noch aus, ja. Oder Slash hieß der, ja? Slash hieß der, ja? Slash. Slash. Das war der Hass im Gegner. Ja, ja. Der war der so doof umgesprungen. Der war doof. Der hat die kleinen Kinderhände überstrapaziert damals. Oh. Meine Energie neigt sich. Gehen Boden. auch das sollen die beiden aber sein ja ja rück durch die gegend das war weh ja wunderbar nur ein level schau mal noch was blinder ja es ist ja die wenigsten gegner ja du hältst dich dezent zurück sehr gut ich bin ja auch einmal so alt wie du also ja und im spiel mindestens doppel zahlt ich muss aufpassen das zahlt als die kranken wenn ich hier noch ein neues hüftgelenk was haben wir jetzt schon wieder reingeschalten ob man sich sehen ging ja da oben oder ja ja denn den typen mehr den larry der kassetten alles kassel ist okay sehr gut dann machen wir jetzt noch reptilien auf den dächern unfassbar ort dächer auch ehrlich ich bin gespannt ich lasse mich mal dreimal treffen das geht doch nicht ich habe den weg freigemacht das ist alles genau wie er sich aber drauf spielt hier ja von wem hast du nicht alles gelernt auch von mir doch ja ja ich bin von dem hochhaus gefallen ja aber unten und ist eine grube auf der straße und da bist du reingestellt mit anlauf hier der spinnt wohl das nächste mal merce nicht so dran rum wenn ich bin ich wissen dass hier ist auch mal 5 gegner in gewogen war es war eine hürde gewartet war sehr gut irgendjemand ich bin down grad also du okay alles klar drei gegner mit fallen okay das drücken hat es einfach nur eintritt war ja so wow die haben sie aber auch nicht zugesetzt also doch gedrückt halten ja das ist auch ein bisschen blöd ja da könnte man runterfallen ja das sieht so als ob da einfach so und danke so auch nicht dass die verfügbar sich die pizza jetzt haben wir auch nicht nötig wie man überhaupt lieber jetzt geklärt die sache als später dass wir können ja auch als ob ich eine pizza hätte ich bitte dich hallo die super acht diesmal ich ja ja klar bitte so dass man ein bisschen neue hause weg du so ich liebe das ich habe die ausraust er ist das feature hier immer wieder können ja glaube ich auch einen festhalten oder so sich vermöbeln mit dem oder ja der frucht hier ist die pizza gemerkt dass sie wieder weg ja warte mal wir machen die erst mal fertig da die ich sehe es wie zu fertig war dass die schwert brüder da kommt doch von hinten angesprungen die ratte ja die möchte gerne hatte jetzt kriegt das da oben ist eine kassette so nämlich die gute v5 die lassen wir nicht liegen wo bist du hier ich gucke ob du das richtig machst und was meinst du na ja na ja das wird kommt mit dem krückstock zum opener stecherei ich brauche gleich wie kann es mir schon gegeben wie war ich kann ja kumpel stunden lang wundervoll wunderbar ich glaube ich glaube du hast mir die energie durchgeben warte mal, lass mich, warte nee, nee, lass mich, du nicht so, warte noch einmal so, okay da teilen wir untereinander auf ah ja das wäre schön gewesen, wenn wir dich jetzt völlig runtergerunkft hätten ja gut ich bin voller Energie da in ihr ja, ja oh, weiter und Punkt, ja jetzt nämlich, seht her Käfer da war ich feiertrunken da ist eine Flettermäuse Batman E-Bob wir haben euch mehr als einmal besiegt, Freunde, ja aber hallo da hat sich öfter gerumpft da wollte ich noch Kopfschmerzen oh oh ey, wie kann ich mich in der Luft treffen, ja kannst du das mal lassen, du so, das Schwein ist schon mal down okay Achtung und weg oh 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 was worte auszeichen pickups gesammelt alles einsteigen zack 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 und erfolgt noch für dich freigespielt mann 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 nur weil ich nicht mehr die sachen so schnell entdecken könnte mann 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 die irma ruft zur wohnung so da gehen wir jetzt hin und dann warst du es heute ja aber wir gehen erstmal zur irma noch und gucken was man alles soll das nicht die mit den würmer und käfer die tage bücher tage immer mit den käfern ja was weiß ich das heißt das nächste mal kommen wir schon mal ein bisschen immer schon bei nummer acht nächstes mal panik in der luft ja es bleibt spannend dann auf wiedersehen und